Es ist heiß und trocken. Der Sommer im südlich gelegenden Ulm. Die Spezies Mensch hat bei solchen Temperaturen zu kämpfen. Phänomene wie Sandalen, kurze Hosen oder Kleider erscheinen. Auch Bikinis und Badehosen können zu dieser Jahreszeit bestaunt werden. Doch nicht nur die Freizügigkeit wird von Jägern gern bestaunt. Nein, auch der Alkoholkonsum an öffentlichen Plätzen und der Drang, an die frische Luft zu kommen, sind Bestandteil des Verhaltens, das diese Gattung einzigartig macht. Doch was macht die Spezies Mensch aus? Zu dieser Jahreszeit lässt sich ein wahres Naturspektakel beobachten. Der sogenannte Schwörmontag lockt Besucher in Scharen aus den entlegensten Winkeln des Landkreises an. Nabader durchstreifen ihr Revier vor einem Hintergrund ahnungsloser. Ahnungslos, weil sie nicht wissen, was sie erwartet. Die Nabader gehören wohl zu den faszinierendsten Tierwesen. Ihre Fähigkeit, auch unter Einfluss von Alkohol auf dem Wasser zu überleben, macht sie geradezu einzigartig. So bleibt dieses ein einzigartiges Spektakel, welches nur einmal im Jahr betrachtet werden kann. Nicht nur der Sommer bringt warme Temperaturen mit sich. Auch das Blut der hier Lebenden gerät deutlich in Wallung. Die Männchen unter ihnen halten Ausschau nach potenzieller Beute. Die Weibchen wiederum versuchen durch geschickte Bewegungen die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ein Gemäuer fungiert zu dieser Zeit als Plattform für den Austausch der zwei Geschlechtergruppen. Dort treffen sich an warmen Sommerabenden ganze Rudel. Für die Lockerheit, neue Bekanntschaften zu machen, hat diese Spezies ein mittlerweile gängiges Hausmittel gefunden. Alkohol. Das betäubende Rauschgift ist eine willkommene Möglichkeit, für die Schüchternen unter ihnen neue Bekanntschaften zu schließen. Auch wenn dies nicht immer zum Erfolg führt.